hallo willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown mit mir dem herrn gleich aus gilde nummer zwei wir kämpfen hier gegen close family encounters ja das heißt kämpfen das ist eher abstauben würde das jetzt der sofort nennen bei einem match bei einem fortnightkampf ja das ist ich weiß auch nicht warum nicht so weit da oben sind aber gut also close family encounters nächstes match also es wird jetzt wahrscheinlich eine runde mit viel skippen geben es gibt die bitten muss man überlegen ob ich jetzt hier weil der ist der mit 57 leben sieht jetzt so aus als könnte er wenigstens ein bisschen was machen also so und dann ja jetzt hoffe ich dass es dass er mit noch mal geheilt genau sehr nice so nächstes match gegen ml porter ml porter dann sollte dann auch reichen eigentlich also ich kann mir kaum vorstellen dass er irgendwas hat was über 40 leben ok und da ist es dann auch schon über 40 leben mache ich jetzt den roger aber das wird dann auch das letzte gewesen sein also hat dann halt jetzt einfach mal so ml porter juhu bezwungen naja was heißt bezwungen das ist ja naja es hat ja mit bezwingen nichts zu tun ok weiter geht's matthew matthew r 8 4 3 r 184 3 nochmal 42 schaden beim ersten angriff und ich befürchte auch dass hier jetzt mit 48 kann ich einfach wegskippen was soll da jetzt noch passieren übrigens da die zweite combo die beide bg's aus nutzte captain yesterday 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 all my troubles seem so far away ja sorry aber captain yesterday war oder ist momentan mit einer der stärksten kombos aktuell jetzt natürlich nur solange halt hier jetzt der double bg ist nenne ich das jetzt mal so und wenn da einer schon mit einer einfachen luen ankommt was soll da jetzt großartig noch naja also ich lass das ding jetzt eigentlich kann es gibt das jetzt einfach mal weg da passiert dann eh nichts mehr so 100 hundert und dann geht es weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter bei der Dann haben wir hier einen Eugene Belcher und einen Diarama-Gene. Und auch hier bei jemandem, der tatsächlich nur so wenig Leben hat, reicht das voll und ganz. Kannst du anhanden. Also da, ich meine, okay, es gibt solche Situationen, dann ballert einer auf Amadana Mythic raus, die er irgendwie zufällig gezogen hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering. Und deswegen mache ich das jetzt einfach. So, dann haben wir 52 hier. Auch das wird jetzt reichen zum... Nein! Er konnte sich safen. Er konnte sich safen. Okay. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Thema durch. Rosa! 99! Nein! Scheiße! Der eine Punkt ist weg. Und da habe ich noch nicht mal geskippt. Shit. Vielleicht hätte ich besser geskippt. Das ist gar nicht passiert, da. Ah! Na gut. Okay. Ist ja alles nur Spaß. Der eine Punkt ist weg! Scheiße. Keine glatte 1000. Jetzt gibt es dann wieder welche. Sag mal, Herr Gleiche. Nicht mal bei der Gilde schafft er die tausenden Punkte, die hier pfeifen. Nimm mal bei der Gilde. Schaffte denn überhaupt hier? Ja, gleich da. Guck dir dich an, Herr. Glaub ich. Lusche. Nur 999 geholt, die hier. Ergleich da. So, ähm. Guck dir dich an, der bin ich heiß. Ich habe mich spiel. So, also jetzt haben wir hier, ähm. Ich kripple es erstmal weg. Ich weiß, er wird jetzt, sagen wir, Schaden machen können. Jetzt kommen wir im Oktoberfest. Und dann kommt er tatsächlich mit Claw Blash. Hier haben wir mal jemanden, der tatsächlich was machen kann. Und hier hat es dann, yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. Na, 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 na. I believe in yesterday. Yesterday. So. Um. Ja, noch der letzte Gegner, Nick L. 10,62. Und, ja, es ist eigentlich ziemlich eindeutig, was da zu machen ist. Einmal das da. Und dann haben wir hier einen... Hank Hill. Juhu. So. Nice, man. Das war's von diesem Match gegen Close Family Encounters. Ziemlich souverän gewonnen, würde ich sagen. Schauen wir doch mal hier rein bei denen. Oh, wir haben auch 983 sogar mit einem Little Ween. Okay. Das war's dann aber auch schon. 21 Leute haben bei denen gerade mal gekämpft. So, wir haben uns rein. Ken Berger mit einer sensationellen 1000. Mega geil. Congrats. Sehr stark im Moment, Ken Berger. Echt Hammer. Homer J. Neue, 98, 90. Andrelo, 98, 99. Manuparia, 99. Winnie, 92. Ich auch nur 992. Nur von Platz 5 gereicht ich ehmisch. Ich bin die Ecke. Ja, gleich. Ab und die Ecke. Okay. Ich bin weg. So. Max Max, Max, Sleepy, Fansigno, BR. Das ist diesmal nicht viel 38 nur. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen... Okay. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Like da, Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nichts mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Animations Rowdown mit mir nehmt, schaut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss. Aber es ist ja auch noch 34 Minuten, aber ich hätte es mal über 40, wenn wir noch kommen. Macht's gut, bis dann und tschüss.